Die nächste Frage bezogen auf das Gebet ist, wenn ich ein Gebet, das ich laut beten sollte, leise gebetet habe, oder eins, was leise war, laut gebetet habe, wird dadurch mein Gebet ungültig? Muss ich es nochmal neu beten? Und nein. Ich kenne keinen Gelehrten, der gesagt hat, dass du deswegen dein Gebet nochmal nachholen musst, nochmal erneuern musst. Wallahu alam. Das heißt, wenn du das gemacht hast, dann ist das keine Sünde. Du musst dein Gebet nicht nachholen. Dein Gebet ist gültig. Aber besser wäre es natürlich, auf diese Sache in Zukunft zu achten. Barakallahu alaikum.